Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Announcement vom Chris. Es geht um den heutigen Spieltag in der EAS 2. Division und erneut tritt unser CSS-Team von DotPixels gegen einen neuen Gegner an. Dieser ist heute Abend MyN2LLemma aus der EAS und gespielt wird auf der Karte Nuke ab 21 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet wieder mal dazu ein und seid natürlich live dabei, wenn wir so spielen. BlankTV bzw. StreamIP sollte hoffentlich heute nicht wieder sich ändern. Ich packe natürlich die BlankTVIP sowie den Match-Link nochmal in die Videobeschreibung. Also schaut vorbei, guckt euch an, wie das Match ausgeht. Ansonsten bleibt es bis dahin und auf Wiedersehen.